Willkommen zu diesem neuen Video. Wir schauen uns heute mal die Produkte von OneWax an. Ich hatte für euch ja schon das Pure Beat im Einsatz. Könnt ihr euch auch gerne mal das Video dazu reinziehen, wenn ihr eine ruhige Minute habt. Und jetzt schauen wir uns mal ein paar Produkte für den Innenraum an. Ich habe zwei Kategorien mitgebracht. Einmal den Innenraumreiniger, das heißt für alle Oberflächen, für Fingerabdrücke, also auch auf Display, Navigationsdisplay zum Beispiel, oder auch auf der Tachoscheibe, aber natürlich auch für das Cockpit im gesamten Sinn. Also den könnt ihr hier auf diesen Oberflächen einsetzen. Und dann gibt es noch so eine Art Langzeitpflege für die Kunststoffoberflächen. Und da haben wir hier gleich drei Produkte und das ist eigentlich nur der Unterschied hier des Duftes. Und da haben wir dann bei der Pflege hier das Lunatic mit dabei. Das hat hier dieses Orange Fruit, also Orangenduft sozusagen. Dann haben wir hier die, ich glaube, Minz-Variante, genau, Cold Mint. Und dann haben wir drüben noch für alle Kokos-Freunde, auch ein sehr beliebter Duft, Milky Coconut. Ist hier mit der am Start. Und als Reiniger natürlich vorn mit dabei hier der Refresh Interior Cleaner. Also das der Reiniger und das die Pflegen. Und warum habe ich jetzt alle vier beziehungsweise zwei Produkte mitgebracht? Ich will mal ein bisschen schauen, wie verhält sich der Reiniger? Verändert der auch die Oberfläche? Und wie ist es im Verhältnis zum Detailer? Macht der vielleicht so eine gewisse Farbauffrischung? Und das probieren wir heute mal in dem Video gemeinsam aus. Noch ein passendes Tuch dazu und dann geht's los. Viel Spaß. Aber bevor wir jetzt in den Innenraum reingehen, möchte ich euch noch zwei, drei Dinge mit auf den Weg geben, die ihr auf jeden Fall beachten solltet und die mir so ein bisschen aufgefallen sind. Also hier One Wax, relativ junge Marke, ist jetzt aber schon eine Weile auf dem Markt, aber noch nicht so lange wie Dr. Wack und Sonax und so weiter. Relativ klein noch in Anführungsstrichen, aber baut das Sortiment immer weiter aus. Und ich finde auch hier, man sieht es hier hinten, ich hoffe, ihr habt es noch im Bild mit drin, es gibt noch jede Menge andere Produkte, also auch hier Pink Attack, Felgenreiniger und es ist auch vieles, vieles dabei, was wir zum Beispiel kennen. Hier das Pure Beat, habe ich auch schon zwei Flaschen. Der Froffy, den können wir uns nochmal anschauen, also da gibt es viel, viel Arbeit noch für mich, was wir da auch gemeinsam uns noch zu Gemüte führen können. Was mir bei den Flaschen aufgefallen ist, und ich glaube, ihr könnt es auch sehen, schaut mal vorhin auf die Beschriftung. Die ist hier in schwarz gehalten, hier in weiß, hier in weiß und hier in weiß. Und ich glaube, auch ihr jetzt hier über die Kamera, ihr könnt bei den Produkten gar nicht so richtig erkennen, was ist das für ein Produkt. Also ihr könnt die Farbe zwar des Inhalts erkennen, aber ihr könnt nicht so richtig den Text lesen. Und das ist auch so ein Problem, selbst wenn ihr hier vorne auf der Flasche drauf lest, kann es im falschen Licht schon relativ schwierig sein, die Texte zu lesen, weil halt dieses Weiß hier auf der Flasche nicht unbedingt gut gewählt ist. Mein Tipp wäre auch hier an One Wax immer schwarzen Text nutzen, weil es lässt sich nicht nur auf schwarz-weiß sozusagen auf der Kombination gut lesen, sondern auch auf schwarz-grüner Inhalt, schwarz-orangener Inhalt und auch schwarz und transparent. Also hier würde ich in Zukunft komplett die Labels in schwarz sozusagen ausdrucken und aufkleben. Das ist mir aufgefallen, weil, als ich mir die Anleitung dazu durchgelesen habe auf der Rückseite, und das ist alles sehr gut beschrieben, wie man es anzuwenden hat, auf welchen Oberflächen. Aber man kann es halt relativ schwer lesen. Man kann das gut dann aus der Nähe betrachten, aber durch diese weiße Farbe ist es ein bisschen tricky. Das ist so ein kleiner Punkt für die Zukunft, immer in dieser Variante. Die Sprühköpfe sind sehr gut, die haben einen schönen Verschluss hier oben. Man kann das nicht öffnen, auch eine kleine Kindersicherung dabei. Das heißt, ihr müsst das leicht nach innen drücken und dann könnt ihr erst vorn den Sprühkopf oder die Düse verstellen. Und wenn ihr die wieder auf den senkrechten Weg stellt, dann ist das wieder versperrt und ihr könnt auch hier vorn nicht mehr drücken und da kommt auch nichts mehr raus. Das ist ganz cool. Sehr schön gemacht. Und was mir auch noch positiv aufgefallen ist, bei allen Produkten, der Spray ist sehr, sehr schön. Also auch bei dem Cleaner, genauso auch bei dem Detailer, die Sprühköpfe machen wir den Produkten einen sehr schönen Spray. Also nur so eine Kleinigkeit mit der Schriftfarbe, das ist ein bisschen ungünstig. Und jetzt schauen wir uns das mal im Innenraum an. So, und heute fangen wir mal hier an der Tür an und gehen dann nochmal aufs Armatonbrett. Hier seht ihr schon schöne Striemen vom Ein- und Aussteigen hier. Richtig der Dreck auch in diese Struktur reingedrückt. Das ist ja hier kein glatter Kunststoff, sondern relativ rau. Und jetzt schauen wir uns erstmal den Cleaner an. Und dazu Flasche zur Hand. Komplett in transparent gehalten hier der Inhalt. Und ihr seht nochmal hier mit dem Text, hier lässt sich das auf dem Transparenten noch deutlich besser lesen. Aber wenn wir jetzt einfach mal das daneben halten, deswegen wollte ich das auch nochmal euch aus der Nähe zeigen. Seht ihr das? Das ist halt echt schwer zu lesen. Hier unten sieht man nochmal, wie gut das zu lesen ist bei diesem Deutschlandlogo oder bei diesen Deutschlandfarben. Hier ist das nochmal gut, aber darunter sieht man schön, das ist echt schwierig lesbar. Also da in Zukunft würde ich komplett auf schwarze bedruckte Farbe ausweichen. Zum Cleaner. Ich zeige euch erstmal den Spray, den wir hier oben nochmal schnell aufmachen. Hier oben einfach den Sprühkopf auf Spray stellen und auf der anderen Seite habt ihr auch nochmal einen Spray. Also keine Stream-Funktion, aber ihr braucht jetzt so einen schönen Spray. Und der sieht so aus. Also der ist wirklich sehr schön von der Sprühbreite her. Hat einen sehr frischen, angenehmen Duft. Schäumt sogar ganz kurz ein bisschen auf hier. Aber wirklich nur ganz kurz und lüftet dann super schön und schnell ab. Also das gefällt mir gut. Vom Duft her hat es sowas leicht, ich will es nichts falsch sagen, vielleicht was leicht Apfel-Zitroniges. Ich muss mal schauen, ob hier irgendwas an Duft draufsteht. Kompletten Innenraum einsetzbar. Universalreiniger, sämtliche Unreinigungen wie Staub, Fett, Fingerabdrücke. Abrief auf Kunststoff, was wir jetzt gerade haben. Lederpolster, Alcantara, Navi und Touchscreen-Displays. Also das ist wirklich so ein All-in-One-Produkt hier, was die Reinigung angeht. Duft finde ich hier leider nichts. Falls ich noch was finde, blende ich euch was ein. Ansonsten kann ich euch vom Duft mitgeben, dass es einfach nur verdammt frisch riecht. Überhaupt nicht unangenehm. Aber auch nicht unbedingt nach einer Frucht oder so. Also es hat sowas, einfach so Richtung frische Duft. Also das sieht sehr, sehr cool aus. Julius ist gerade hier mit am Start. Julius, komm mal her. Was sagst denn du so? Von der Gleichmäßigkeit her sieht das doch ganz gut aus. Hier drüben habe ich jetzt noch nicht gereinigt. Du kannst ja auch mal dran schnuppern. Ich gebe dir mal die Flasche. Und dann mal sagen, was du so rausriechen kannst. Ich gehe derweil hier rüber. Also hier drüben geht das echt sehr, sehr schön. Und ihr habt einen verdammt geringen Verbrauch, wenn ich immer so drei, vier Sprühe ins Tuch reingemacht habe. Und? Ja, es riecht so leicht frischeartig, wie du schon gesagt hast. Hier sieht man auch so ein bisschen den Dreck. Aber es ist keine richtige Frucht oder so. Nee. Sondern du hast so einen Mix zwischen Zitrone, Apfel und einfach so einer, alles was man so einer Meeresfrische versteht. So würde ich es mal definieren. Also, sehr, sehr schön. Funktioniert gut. Schön einheitlich. Überhaupt nicht klebrig. Sieht gut aus. Hier oben gehen wir nochmal lang. So. Also, das macht auf jeden Fall gut. Also, super einsetzbar auf diesen ganzen Oberflächen. Und natürlich gehen wir dann drüben nochmal auf das Navigationsdisplay und alles, was dazugehört. Jetzt würde ich gerne aber nochmal den Test machen. Wir wechseln jetzt mal. Und deswegen ist das Produkt ja auch nochmal mit drin. Wir wechseln mal auf das Lunatic. Und das ist sozusagen der Kunststoff- oder der Innenraum-Detailer. Jetzt möchte ich mal schauen, ob der hier die Farbe so ein bisschen auffrischt. Weil dann können wir die Produkte gleich so ein bisschen auch in Kategorien einteilen und wissen genau, was wir für was benutzen. Also, ob das dann so eine Alternative zum Refresh Cockpit Care oder so ist. Oder zum ADBL Interior. Wow. Ich gehe mal davon aus. Ich habe es noch nicht getestet. Wir testen es jetzt mit euch hier gemeinsam. Ich nehme nochmal eine frische Tuchseite hier oben. Diese kleine Ecke. Produkt nochmal durchschütteln. Auch hier wieder auf diesen Spray stellen. Ich gebe mir vor ein bisschen was ins Tuch rein. So. Seht auch hier. Leicht eingefärbt. Aber keine Panik. Ihr macht euch damit nicht irgendwelche grüne Flecken oder so auf dem Kunststoff. Es wird nur ganz, ganz dünn aufgetragen. So, dann lassen wir es mal eine Minute ablüften. Dann schauen wir mal, ob sich das hier auf der Oberfläche auch nochmal kenntlich zeigt, indem das hier vielleicht die Farbe so ein bisschen auffrischt. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus bei einem Detailer. Während wir jetzt hier warten, nochmal was zum Punkt Duft. Das ist ja hier das Cold Mint. Riecht auch nach Minze, wenn man das hier so ins Tuch reinsprüht. Ja, definitiv. Aber es ersetzt kein Innenraumduft oder so. Also macht euch da keinen Kopf, dass euer Innenraum dann komplett hier nach Minze oder so riecht. Das ist sehr seicht gehalten. Finde ich aber auch gut. Das ist nicht zu übertrieben und künstlich. Dann haben wir hier auch Orange Fruit. Gut, das für meine Duftnase finde ich das ein Tick besser. Ich mag so Orange und alles, was ein bisschen so in die tropischen Früchte reingeht oder auch in den Bereich Kokos. Also das sind so meine zwei Favoriten von den Düften her. Kokos ist so ein Duft, mag ich sehr, sehr gern. Und ja, Minze für alle diejenigen, die so Richtung After-Aid unterwegs sind. Also da gibt es eigentlich für jeden was an Duftsorten im Sortiment. So, ich denke mal hier sollte ausreichen. Jetzt können wir mal abziehen. Und da. Wie ich es vermutet habe. Oder? Schön zu sehen. Ja. Schöne, genau. Schöne Abdunklung hier. Farbauffrischung. Bisschen, wenn wir hier drüber gehen. Auch hier sofort. Sicher auch. Vielleicht eine Minute oder sogar, wartet eineinhalb Minuten. Verschmiert nicht. Geht nicht ab. Immer noch eine schöne Grenze hier zu sehen. Also definitiv eine gute Alternative zum Refresh Cockpit Care. Von Kochschmier. Ich will ja auch ein bisschen so mit den anderen Produkten vergleichen. ADBL Interior. Wow. Das hat noch so nach Kunststoff Detailer, müsste es glaube ich noch gewesen sein. Also das kriegt er auf jeden Fall gut hin. Das heißt aber auch für uns, wenn ihr jetzt zum Beispiel Navigationsdisplay reinigen wollt, bitte natürlich den Cleaner nehmen und nicht den Detailer. Den Detailer bitte nur auf Armaturenbrett oder so oder Handschuhfach in die Richtung oder Einstieg zum Beispiel nutzen. Aber für solche Sachen wie Display und überall, wo ihr halt keine so Reststoffe da noch drauf haben wollt oder Restprodukt, was das ein bisschen auffrischt. Auf einem Display wollen wir ja eine klare Oberfläche. Da bitte hier den Refresh nutzen. Und das machen wir jetzt auch nochmal auf dem Armaturenbrett. Nehmen wir auch nochmal ein bisschen den Langzeit-Test, aber ich glaube hier macht einen echt schönen Eindruck. Ja und im Innenraum könnt ihr das natürlich genauso nutzen. Und wir nehmen uns auch hier dazu ein neues Tuch, weil in dem weißen Tuch hatten wir jetzt schon den Detailer drin und wir wollen ja hier auf diesen Displayoberflächen keine Restprodukt-Rückstände drauf haben, die auf den Kunststoffoberflächen ja einen schönen Look erzeugen, einen frischen Glanz auch nochmal teilweise oder das ein bisschen auffrischen. Das wollen wir auf dem Display ja nicht. Wir wollen ja eine schöne, ja trockene und saubere Oberfläche. So und das machen wir jetzt hier genauso. Wir drehen uns das wieder auf den Spray, sprühen uns hier was ins Tuch rein. Ich denke mal vier Sprüher sollten ausreichen. Und dann können wir das eigentlich hier wunderbar auf der Oberfläche verarbeiten. Nehmt natürlich auch den Staub auf, Fingerabdrücke und alles was dazu gehört. Auch hier schön, wo manchmal der Rucksack abgestellt wird, bitte lagert eure Sachen immer im Kofferraum. Meine Frau zu der Angewohnheit, die stellt ganz gern mal was hier in den Fußraum vom Beifahrer. Und was passiert natürlich, man reibt hier vorn lang und dann stehen auch Schäden. Ganz klar habt ihr auch im letzten Video schon gesehen, ihr habt ja hier die Adleraugen. Und da einfach nochmal ein genereller Tipp, bitte transportiert eure Sachen im Kofferraum und nicht hier vorn, dann vermeidet ihr sowas. Auf dem Display genauso nochmal eine frische Seite nutzen. Ich nehme mal hier vorn diese Ecke und auch hier kann man schön diese Oberflächen damit reinigen. Und was ich euch definitiv mitgeben kann, das macht der Reiniger echt gut. Jetzt nehme ich nochmal eine ganz trockene Seite, nehme den Rest runter. Also das sieht sehr gut aus. Lüftet schnell ab, macht natürlich keine Schlieren oder sowas. Tachoscheibe haben wir vor kurzem erst nochmal mit gereinigt. So ein Display hier vorn wird natürlich schneller schmutzig, weil man jeden Tag hier die Radiosender verstellt. Hier auf die Tachoscheibe fasst man natürlich normalerweise gar nicht drauf. Also da natürlich das Display hier immer wieder viel schneller verschmutzt. Das dauert so ein, zwei Wochen und dann sieht das fast aus wie vorher. Lenkrad geht dann genauso, egal ob Kunst oder auch Echtleder. Und natürlich auch hier auf den ganzen Mittelkonsolenbereichen. Hier diese ganzen Knöpfe können natürlich alles auch mit diesem Reiniger damit sozusagen sauber bekommen. Und das muss er können und das kann er auch. Und wir können auch gerne nochmal hier schauen. Die Einstiege, die Kunststoffoberflächen können wir auch nochmal uns anschauen. Die sind immer richtig schmutzig. Da haben wir nochmal eine schöne Herausforderung für den Reiniger. Ja und hier am Einstieg, da sehen wir das auch nochmal, also hier ist richtig viel oberflächlicher Schmutz drauf. Das ist nochmal deutlich mehr, als wir jetzt gerade hier am Türeinstieg hatten. Hier haben wir auch so richtige Salzflecken, die dann hier von draußen mit reingekommen sind über die Schuhe. Und ihr seht auch hier, der Fußraum, der ist auch nochmal richtig schmutzig. Den machen wir in einem extra Video nochmal. Da gebe ich euch nochmal ein kleines Tutorial, wie ihr den Fußraum richtig schön sauber bekommt. Aber hier den Einstieg, das können wir ja nutzen für den Refresh Interior Cleaner. Einfach auch da nochmal ein bisschen die Testschwierigkeit erhöhen. Ein paar Sprühe aufs Tuch. Und dann solltet ihr eigentlich auch hier diese Salzflecken, seht ihr das? Sieht ihr, da muss er schon ein bisschen mehr kämpfen. Jetzt löst ihr die an. Ist der Kunststoff sogar schon ein bisschen beschädigt. Aber jetzt schafft er es. Perfekt. Zack. Und da sieht das doch wieder sehr, sehr schön aus. Das sieht man auch nochmal schön. Den Schmutz im Tuch. Drehe ich nochmal auf die andere Seite. Natürlich macht ihr das dann auf der gesamten Fläche. Ich würde euch empfehlen, natürlich jetzt in dem Fall müsst ihr eigentlich den gesamten Innenraum hier im Fußbereich nochmal reinigen und auch den Schwellerbereich. Aber wir machen ja einen Produkttest. Deswegen müssen wir uns da die Flächen auch ein bisschen einteilen. Jetzt hier auf eine frische Seite. Einfach nochmal trocken wischen. Und dann haben wir das eigentlich wieder in einem wunderbaren Zustand. So funktioniert das. Also eine schnelle, effektive Reinigung funktioniert definitiv. Jetzt könnt ihr auch noch eine Pflege oder so drauflegen. Oder ihr lasst es einfach hier in diesem Originallook. Und es geht definitiv in Ordnung. Also auch so Salzkrust und alles mögliche kriegt ihr locker weg. Sehr, sehr schön. So und ich denke mal, der Vergleich war eigentlich ziemlich eindeutig zwischen dem normalen Reiniger und der Pflege. So kann man es eigentlich nennen. Also der Detail ist hier die Pflege in dem Fall. Und der Reiniger macht genau das, was er soll. Was hat mir gut gefallen? Also das Sprübel ist sehr gut. Die Düfte finde ich angenehm. Nicht zu stark, aber auch nicht zu schwach, dass man es gar nicht mitbekommt. Also man hat so ein kurzes Minz-Flair, Kokosnuss-Flair oder Orangen-Flair. Aber das ist kein Innenraum-Duft, der dann den ganzen Innenraum hier nach Orangen-Kiste riechen lässt. Also völlig in Ordnung. Und von Reinigungsleistung auch nochmal hier an diesen kleinen Salzflecken hat das sehr, sehr gut funktioniert am Einstieg. Also hier für so eine schnelle Reinigung auf vielen verschiedenen Oberflächen ist der Cleaner echt gut geeignet. Und wer halt eine Kunststoffpflege haben will, eine gewisse Farbauffrischung auch im Cockpit, ohne dass es irgendwie speckig wirkt oder so oder so einen leichten Spiegelglanz bekommt, sind hier die Detailer auf jeden Fall gut geeignet. Und das Schöne ist auch, für jede Duft-Nase ist was dabei. Meine persönlichen Favoriten, die Orangen-Variante und die Kokosnuss-Variante, aber da hat ja jeder so bei Düften seine eigenen Vorlieben. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja und damit danke ich euch fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt zu den Produkten, dann unten in die Kommentare rein. Ja und am Ende nochmal eine Sache zum Preis. Also ihr seid hier so in Preisregionen bei 12, 13, 14 Euro ungefähr. Für diese 500 Milliliter hier von dem Detailer zum Beispiel ist jetzt nicht das allergünstigste Produkt. Man muss immer davon ausgehen, was ist das für ein Hersteller, wie lang ist er auf dem Markt, wie groß ist der Hersteller und was für Stückzahlen werden da produziert. Das ist meiner Meinung nach eher so eine relativ kleine und junge und frische Marke aus Deutschland. Also da muss jeder entscheiden, wen er da auch so ein bisschen auch unterstützen will oder welche Produkte er ausprobieren möchte. Beim Preis bin ich nicht mehr so ultra knallhart, weil jeder bestimmt selber, was es einem wert ist. Und manchmal ist zum Beispiel ein netter Duft auch nochmal ein Kaufkriterium oder auch ein ansprechendes Design. Eine gute Gesamtperformance müssen die Produkte natürlich immer mitbringen. Und dann müsst ihr einfach da draußen entscheiden, ist euch das Gesamtpaket des Produktes euch in der Preis wert. Und da müsst ihr für euch das selbst entscheiden. Trotzdem, ich finde es ganz cool gemacht. Auch hier vom Sprühkopf her völlig in Ordnung. Ich habe da keine knarzenden Sprühköpfe gesehen oder so oder die leicht abbrechen. Also vom Gesamtpaket her geht das eigentlich komplett in Ordnung. Gefällt mir gut bei Fragenwelten. Bis zum nächsten Video und ich denke mal Richtung Fußraum. Da werden wir uns auch in der nächsten Zeit wiedersehen. Bis dahin. Ciao. Bis zum nächsten Mal.